Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Hallo, jetzt war ich abgelenkt, weil ich gesehen habe, dass du angefangen hast zu senden in TeamSpeak. Jetzt dachte ich, jetzt kommt wieder was. So, drei, zwei, eins. Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Krypton mit dem TGW. Und dem Dabbeln. Ja, stimmt. Ja, mach mal. Und wir spielen ein Custom-Modpack. Name ist Krypton. Das Projekt heißt Krypton, oder? Das hat keinen Namen, das Modpack, aber egal. Auf jeden Fall. Wir haben das Projekt von dem, wie heißt der nochmal? Housejumper? Ich glaube, er hat das ins Leben gerufen, ja. Ja, also ich hoffe, dass ich da keine Details erzähle, aber erst hör auf. Aber er müsste das gewesen sein. Wenn ich, tut mir natürlich leid. Und auf jeden Fall sind wir auf dieses Projekt durch den lieben Tarok gekommen. Und... Ja, würde ich einfach mal was machen, oder? Gehen wir vielleicht einmal hier durch die... Willst du von mir? Gehen wir vielleicht erstmal durch das, was es hier schon so gibt in der Stadt? Und gucken wir uns das mal eben an, war. Also ich kenne mich, wir kennen uns hier beide noch nicht aus, wir sind ja gar das draufgekommen. Wer wohnt hier? Äh, vielleicht sollte man nicht reingehen, bevor wir... So reingehen ist nicht verboten, oder? Ja, klar, man darf ja nur nichts aus den Kissen nehmen. Was ich richtig cool finde hier ist, da sind diese Skelette. Ja, total geil, so, haben wir gesehen, gut, nächstes Haus. Ja, ist aber nicht so schlecht gelaunt, ja. Ich bin nicht schlecht gelaunt, okay, ich bin doch schlecht gelaunt, aber einfach nur, weil mich Minecraft schon abfuckt. Oh, jetzt habe ich in den Kissen reingeschaut. Ja, reinschauen ist ja nicht verboten. Ja, aber ich habe nicht mit meinen Augen geschaut, sondern mit meinen Händen. Na und? Das geht ja in Minecraft nicht anders. Ja, hier ist eine... Ja, das ist jetzt Auslegungssache. Kirsche müsste das sein, oder? Oder ist das eine Kathedrale? Sag mal auf, mich dauernd zu verbessern, ey, du regst mich auf. Ja, wir haben im Garten ganz schöner Kirchenbäume stehen. Ja, ja, ja. Du kannst es auch gerne alleine machen, habe ich nichts dagegen. Ja, okay, darf ich mal alleine machen? So, zu unserer Rechten sehen wir jetzt nun ein Haus im bewährten Minecraft-Stil. Ja, das war das Wort, das mir eingefallen sollen wollte, nicht konnte, darf, natürlich. Gut, dann gehen wir hier weiter, bitte über die Absperrung, Dankeschön. Ja, hier rechts sehen wir eine wunderschöne Fackel, die schön steif ist. Gut, wir drehen jetzt um und schauen den TKW an und dann drehen wir wieder um und gehen diese Treppe auf, diese wunderschöne, orangene Treppe. Hier sind schöne Säulen aus dem alten Au-Pair-Stil, Stil. Hier wird offensichtlich gerade gekocht. Hier ist eine Nische, wo sich der kleine... Oh, ich habe eher eine Ängstung. Äh, kleine TKW verstecken da. Ist ja gar nicht. Da hinten steht... Ja, du kannst auch mal sagen, von wem das ist, und zwar hier haust Palix... kleines O, unterstrich großes O, in Klammern Dro-Una. Dro-Una. Ja, ich hoffe, dass... Warum nicht Dro-Null-Nah? Nicht was? Dro-Null-Nah. Weil ich das so sage. Das ist ein großes O. Hier, guck... Hä? Warum wird der auf dem... der Minimap so mit einem weiblichen Kopf angezeigt und hat jetzt hier so ein... Das Conchita-Wurst, Junge. Das Conchita-Wurst. Wieso ist das Conchita-Wurst? Die ist auch ein Mann und eine Frau. Nein, erst mal Mitspieler beleidigen, gell? Ja, ja. Keine fünf Minuten auf dem Server, weißt du, erst mal streich machen. Ist echt so, ey. Ja. Ja, komm. Gut, wir gehen da mal runter. Tschüss. Tschüss, Conchita. Du hast ja Angst haben. Ha! Ha! Du Nu! Okay, weiter geht's. Ich würde sagen, als nächstes besuchen wir den Tarok. Ja, weißt du denn überhaupt, wo der haust? Nein. Ja, siehst du, bist du mal wieder auf mich angewiesen. Ja, wollte ich ja gerade sagen. Du wirst es mir sicherlich sagen. Ja, also ich weiß nicht, wie die Aufnahme im Nachhinein aussehen wird. Ich... 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 Oder beziehungsweise ich switche immer zwischen 30 und 60 Frames bei mir in der Aufnahme. Das ist total geil. Ja. Oh ja, geil. Achso, die Aufnahme läuft sowieso nur in 30. Super. Oder? Habe ich sie auf 60 Stelle? Ich weiß nicht. Ist ja jetzt auch Wurst. Moment, wenn ich sie auf 60 Stelle bin, oder? Oh, scheiße. Ja, interessiert er ist kein Comic. Ja, interessiert er ist kein Comic. Ich kann nicht zu schnell. Ich laufe auch ohne zu sprinten. Also wirst du ja wohl mitkommen können. Ja, aber du hast Vorsprung. Deswegen. Alter, greift das an. Habt ihr schon The Witcher 3 gespielt? Wenn nicht, kauft euch das Game. Ohne Scheiß. Was ist denn das da? Das ist eine Schnecke, du Bob. Das soll eine Schnecke sein? Ja, oder eine Raupe. Eins und beidem. Schnecke oder Raupe. Ich tippe mal auf Schnecke. Okay. Das ist mir auch total egal, dass wir jetzt einen Bogen gelaufen sind, ohne zu Taraks Haus zu kommen. Wo war denn das? In welche Richtung? Ja, stimmt. Das ist ja der mit einem super Orientierungschen. Aber jetzt habe ich meine Reichweite runterstellen müssen und deshalb sehe ich das jetzt nicht mehr so gut. Ja, ich sehe das auch nicht. Ja, also halt meine, meine... Was? Ah, das sieht doch nach Tarak aus, oder? Ah nein, das sieht ja nach deinen Barten aus. Scheiße, wie das ist. Halt mal dein Maul, Alter. Schon wieder ein Mitspieler beleidigt? Also ich finde, dass das... Das bist du. Davon lebt unser Kanal, dass wir uns gegenseitig beleidigen. Ja? Meinst du? Eigentlich nicht, aber die... TKW und David am Ragen-Dinger haben jedenfalls sehr viel Aufrufe. Ach so. Na, dann rage mal eben. Du kannst das ja so gut. Ja, vielleicht sollten wir... Ah, dahinter! Ich wusste es auch. Vielleicht sollten wir beide wieder ragen innerhalb von fünf Minuten und uns wieder vertragen. Na gut, zehn Minuten. Warte mal kurz, ich muss kurz was einstellen. Ja, natürlich. Ja, okay, ihr seht jetzt hier ein wunderschönes Standbild. Ja, bist du schuld. So, wir müssen davon jetzt fünf Minuten wegrechnen. Das heißt, wir sind bei sieben Minuten. Alles klar. Oh, wir laufen da hinten. Läuft da der Tag? Ja! Das Röckchen! Wut, wut. Okay. Dann gucken wir doch hier mal. Wollen wir eigentlich ein gemeinsames Haus haben? Ja, hätte ich schon gesagt. Okay. Oh, wut. Peter Pan und Flipper? Wie cool ist das denn? Okay. Können wir Delfine retten? Das ist ja voll geil. Warum habe ich nur 30 Frames? Ja, es kann sein, dass die nächste Aufnahme in 60 Frames sein wird. Oder die jetzige Aufnahme ist schon... Die jetzige? Davon eintreten? Weißt du, weißt du, ihn fragst du, gell? Ihn fragst du, ja? Ja, klar. Warum nicht? So, Delivert ist das. Ist doch egal, schauen darf man ja wohl. Er ist ja gerade hier. Zu ihm bin ich halt mein Freund. Motz, 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 was ist das denn? Wer wird das denn hier? Ich hab damit die Motz gemeint, ja? M-O-D-S, Motz. Modifikation. Nicht Motz, Motz, Motz. Ach so. Jetzt? Ich hab mich gefreut, dass wir endlich wieder Motz haben. Ich hab schon so lange keine Mot-Packs mehr gespielt. Kapiert er das jetzt erst, ey? Oh Gott, haben wir jetzt eigentlich schon nach 11 Uhr? Nein, eigentlich noch nicht. Und? Eigentlich bist du erst nach 11 Uhr immer so bescheuert. Ich bin überhaupt nicht bescheuert. Ich find's nur lustig. Na, was kommt jetzt? Jetzt packt er wahrscheinlich wieder ein Schwert aus oder so. Na, Aufnahme bitte, danke. So was denn hier oben, so schönes O-Bet-Wee. Bist du ein richtiger Behindie, ey? Und ich, ist so dunkel. Nacht, wie lustig. Spannend, Kind. Ja, ihr seht schon, wir haben total viel Spaß. Ich würd sagen. Was, Bauern? Ja, Bauern. Das ist jetzt so schön Platz zum Bauern suchen. Das wird nämlich dunkel. Ja, ich möchte bitte noch zwei Anekdoten aus The Witcher 3 erzählen. Bitte. Die sind lustig. Ja? Ein bisschen lustig. Ja, lustig. Ja, jedenfalls. Ich, äh, man hat dort ein Pferd. Ja, das nennt sich Plötze. Äh, Plötze, ja? Oh ja, Taroks. Taroks Plötze. Ja. Nur das, in dem ich meine, Taroks Plötze ist, sondern Geralds Plötze. Aber ist egal. Ja, Tarok ist also Geralt. Ja, aber bist du ein bisschen verliebt in den? Kann das sein? Warum sollte ich verliebt in den sein? Oh, Tarok, oh. Was willst du von mir? Nix, nix. Es ist einfach nur so, dass Tarok, in mein Krokosmos, ein Pferd hatte, das Plötze hieß. Ja. Und warum hat er das? Und wenn du sagst, Plötze gehört, Geralt, dann sage ich halt, aha, Tarok ist Geralt. Ich verstehe. Ja. Und jetzt? Können wir weitermachen jetzt? Erzähl doch jetzt. Erzähl, hallo. Ich war halt, ich war unterwegs, äh, mit meinem Pferd, und ich reite so über die Dünen. Ah, doof ist da. Ähm. Hurra, hurra, der Dobende ist wieder da. Hurra, hurra. Ja, das ist wunderbar. Und ich reite so, auf einmal sehe ich da, sehe ich da vor meinen Augen auf einmal so ein, äh, äh, hellbraunes Tent. Was ist das? Und komm näher dran, auf einmal springt mich da so ein Skorpion an, so ein drei Meter großer, ich hab mir so in die Hose geschissen, Alter. Lecker. Und das zweite war, es gibt, äh, äh, eine Quest, also ich werde jetzt nicht spoilern, aber in der muss man, äh, in einem Wald ein paar Spuren untersuchen, ja? Und dann, ich untersuche die Spuren, der lasst halt irgendeinen depperten Spruch, der Witscher, wie man kennt, ja? Und, boah, das muss aber was Großes sein oder so. Und ich denke mir so, okay, ja, was könnte das sein? Und dann schaue ich so am Horizont, sehe ich so ein, so was Braunes mit vier Beinen. Ja. Was hieß denn das? Oh mein Gott, was? Ach so, mein Pferd. Und das sag ich halt überhaupt nicht. Ich hab mir gedacht, das ist irgendwie, du weißt, ich hab's quer gesehen und dachte, das sei der Kopf oder so. Ja. Ja. Multi Dödels, wenn ihr Bock habt, können wir gleich das. Ey, was beleidigt der uns denn immer? Das ist, äh, 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 nicht Karl, klar. Nein, nicht Karl, klar. Karel, du stellst einfach Karel in den Schatz. Gut, ähm, jawohl, nehmen wir auf, nehmen wir auf. Ist gut jetzt. Gut, so mief. ich habe schon total deutsch schon schrecklich das bricht das kommt in so schüben so wie die wehen dann lass uns jetzt mal ein plätzchen finden ja ein plätzchen am besten bei der oma weil die macht ein schattiges plätzchen ich wollte auch gerade mit mit plätzchen bringen und sagen das sollten wir zu einer oma gehen oder die wirst ein plätzchen backen ist aber nicht witzig sondern einfach nur war ich kann auch gute plätzchen packen ja sie schmecken halt nur scheiße aber sie sind was denn ich weiß schon wie ich die folge lernt mega lach flash xd so nenne ich die folge so wollen wir überhaupt bauen wollen wir unterirdisch bauen nein wir bauen nicht unterirdisch ich war immer unterirdisch ja aber ich nicht so wir müssen ein kompromiss finden ich ja unterirdisch und du oberirdisch bauen ja ja eigentlich sind wir männer wir können keine kompromisse finden das heißt der kompromiss nicht kompromiss da ich habe ein schwarzes fliegendes pferd gesehen ich gehe und dann nicht mehr im wasser mein mikro ist umgekippt halt keine panik auf der titanic ich sehe schon die ganzen der hat sich gerade selber getroffen wie geil das ist ganz schön so pflückt aus ja ja auch ein büttel mir kirchbaum nach uns spätsommer ja der war jetzt ein bisschen übertrieben er war ein bisschen übertrieben warum hat jeder einen fein über sich schweben ich will auch einen fein über mir schweben haben jetzt beruhig dich mal wieder du bist ein richtiger tarog fanboy hier wieso bin ich tarog fanboy wenn ich sage oh da ist ein fein drüber schweben ich will auch einen haben ja ich will auch einen fein über mir haben ja du hast einen fein in dir super ich hab einen fein überm kopf was ich ja du auch hab ich doch gesagt eben hör mir halt mal zu ich dachte der steckt in mir drin nein überm kopf ja egal so schon wieder voll produktiv die pläne produktiv ähm so warte mal wir haben gesagt wir können ja auch unter wasser bauen also drei minuten haben wir noch um ein plätzchen zu kommen ja ok nein wir bauen nicht unter wasser also später dann schon vielleicht kannst du ihn doch an die wasserkumpel die wasserkumpel hahaha ist ja aber ein cooler name für unser team die wasserkumpels ja man hahaha der ist total hip die wasserkumpels wie scheiße ist das denn äh hinter dir pass mal auf hinter dir aua hilf mir was ist das alter aua 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 der trifft mich obwohl ich nicht aua hilf mir oh 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 scheiße nein ich wollte ich wollte den creepo schlagen wollte ich nicht aber egal das ein Prozent Prozent oder vor allem ist es gut alles ist gut alles ist gut und aber vor allem der war vor allem so in der Strafe vor allem eigentlich nicht mehr er ist und um zu dem mit der Zerre von den Spitzen machen ich werde ich noch nicht ich ja so so wo bauen wir denn jetzt ja also ich tschuldigung ok machen wir ja ok ich würde halt also aber weißt du so für so technisch kram ja da finde ich nämlich über wasserhäuser immer so scheiße äh über wasserhäuser ja über wasserhäuser sind das in der Tat scheiße wird technisch sein über äh über äh ich kann echt nicht mehr reden ey aber du machst mich so wusselig im Kopf ey das mit uns sollte doch ein Geheimnis bleiben ja gut also oberirbische Häu... oberirbische Häu... oberirbische Häu... er dreht komplett am Rad soll ich weggehen das ist das ja mach ich nicht zu wuschig ja weil man diese oberirbischen Häu... ja jetzt hör doch mal bitte auf über mir zu reden äh quatsch äh mir... mir... vorzufallen Gott alter ich fall da noch nicht ins Wort schrecklich genau ich finde die immer nicht so gut ja weil äh da kann man immer die ganzen Maschinen nicht so gut verstauen finde ich ja aber man kann ja trotzdem unter die Erde dann im Nachhinein naja stimmt ja aber schon echt das ist... Minecraft ist wie die USA unbegrenzte Möglichkeiten so ok Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt hier irgendwo ne, 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 ne. Ne flache Fläche. Gut, gut. Guckt hier hin. Nein, den Witz bringe ich jetzt nicht. Was? Oh Gott. Der Scheiße. Was? Ich habe mir gerade keinen Witz gemacht. Dass ich ausgesprochen war. Aber hier ist keine flache Stelle. TGW kommt zu uns, ja dann geben sind, achso also wir waren zuerst zuerst wenn wir die Multidödels, ja und jetzt sind wir die TGW die TGW ich heiße übrigens David ja, ist total schwer zu merken ich weiß, weil mit dem der Typ spielt heißt es zufälligerweise auch David, ja ist total schwer zu merken den Rest hat ja der Röckchen ausgedacht der Röckchen ich echauffiere mich gerade da drüber, ja das MC Doben, ja schreibt, TGW kommt zu mir darüber echauffiere ich mich gerade du echauffierst dich? ja, ich echauffiere mich was ist echauffieren? sich drüber aufregen, sich an etwas stören du störst dich also da dran ja, ey dass er uns uns alle mit TGW anredet aber das mag ich nicht ich hab meinen eigenen Namen und ich bin da stolz drauf aha ja du bist doch auch auf deinen Namen stolz, oder? ja ich bin ein stolzer TGW-Sus äh TGW eigentlich TGW-Sus ist keiner Penisus aber das ging sich nicht aus bei Worms deswegen nur TGW-Sus Penisus nach sowas aber auch Alter was haben die da ist, ist das na alles ok wie komme ich hier wieder raus? wie viel sind wir denn eigentlich schon drüber? wir sind jetzt bei 27 Minuten zwei Minuten sind wir drüber äh äh ähm äh komm dann beenden wir einfach und zeigen dann nächsten ja ok tschüss für was wir uns entschieden haben für wo für wen für was bitte? ja ok was? wen? ich jutter now to äh to do the ending from Folge ok ja dann würde ich sagen danke fürs Zuschauen das war die erste Folge mein Kro nein falsch Krypton äh Krypton ähm nach meinem meiner kurzen äh äh nach meinem Outro kommt jetzt dann vielleicht vielleicht aber auch nicht eine Endcard schauen wir mal ob ich die bis dahin fertig hab oh ja und ja tschau das ist ein Ende tschüss spackenkind